Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Heroes of the Storm. Noch geht's mit meiner Stimme nicht so ganz, aber naja. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal eine Quest mit einem Walker-Felden, gewinnen dabei gleichzeitig drei Spiele, hoffentlich zumindest gehen in den Koop-Modus, haben dann 800 Gold mehr und sind dem Ziel hier auch näher gekommen, obwohl das tatsächlich bald zu Ende geht. Da habe ich nicht mehr viel Zeit für. So, wir schnappen uns Muradin, nehmen das Huhn als Reittier und auf geht's ins Spiel. Ton machen wir gleich ingame an. Aber meine Haare werden wieder länger. So, wir spielen zusammen mit Diablo, Jane, Azul, Jean und Falstad. Das ist schon besser. Damit zeig ich's, Herr Rettig. Sehr schön. So, wir spielen gegen Chen, Lost Vikings, Grau, Mene, Falstad und Tychus. Ich gehe mal mit nach oben. So, weil ich habe auch keine Lust, unten alleine zu sein. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Licht der Sonne in den Tempel wird stärken. Schon bald wird die Tempel meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Das ist sehr schön. Das war's für heute. 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 Wunderbar, das ging fix. Fix wie immer. Ich schlade es vorbei, nun stört nicht weiter wie in Frieden meines Reichs. Mvp. 800 Goldreicher Und wir sehen uns hier zu dieser Quest wieder Bis später, Little Baddies Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Bye, bye